Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von GoldenBuddy Personal Training. Take 2! Wir haben heute die zweite Angestellte von GoldenBuddy und zwar ist das... Marina! Genau, man gehört es noch nicht, es hat einen guten Dialekt. Man muss ja auch ehrlich gesagt sagen, Marina ist recht gross. Ich bin auf der Zehenspitze. Marina hat einen Sohn, er schaut inzwischen Fernsehen, dass wir das schaffen. Willst du mal schnell sagen, für was du zuständig bist bei GoldenBuddy? Ja, ich werde vor allem bei den Massagen tätig sein. Ich habe vor drei Jahren diplomierte Berufsmasseurin gelehrt und möchte jetzt noch etwas weiterkommen. Und ich hoffe, dass ich dann alle gut unterstützen kann. Zum Entspannen oder sonst auch vielleicht Verkrampfungen lesen können. Marina ist the place to be, was die Massagen anbelangt. Darum habe ich sie ins Team geholt, doch absolut. Ich und auch viele meiner Kunden gehen jetzt eigentlich schon zu dir. Und wenn man einmal bei Marina war, kann man nirgends mehr anders. Es ist einfach so. Ich kenne wirklich selten jemanden, der in so jungen Jahren schon so ein Fachwissen hat wie Marina. Und auch sich so auf einen Menschen einlassen kann. Eigentlich ist es ein Interview und nicht, dass ich über dich erzähle. Also sag uns doch, was dich fasziniert an der Massage. Ja, es ist natürlich allgemein sehr spannend, weil, als ich das gemacht habe, ich hatte es schon sehr lange immer in Gedanken. Als ich es dann gemacht habe, ist mir erst auch wieder aufgefallen, wie spannend, dass es wirklich ist. Und in wie viel, also wie gross, also was für ein grosses Gebiet das überhaupt ist. Und ja, es gibt noch so viel, was ich will lernen, was ich will machen. Und darum, ja, ich muss jetzt einfach mal klein anfangen. Und jetzt sehe ich dann, wie es dann rauskommt. Und ich hoffe natürlich, dass das noch etwas ganz Grosses ist. Ich habe dich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Welche Kunden betreust du? Hast du eine spezielle Vorstellung? Nein, grundsätzlich bin ich sehr offen für alle Kunden. Und ja, ich könnte jetzt nicht jemanden bevorzugen oder nicht. Da bin ich sehr neutral. Darum die, die einfach Lust haben, die mich vielleicht sympathisch finden. Kannst du auch schnell sagen, was du anbietest? Im Moment sind es vor allem so, ist es die klassische Massage. Ähm, da beinhaltet es jetzt auch ein Teil den, äh... Element. Den Element, ja. Ein bisschen, ähm, von der Körperhaltung, die man noch ein bisschen schauen kann. Und ähm, was ich jetzt dann im Februar anschliesse, dann noch die Sportmassage ab. Und da werde ich dann schauen, da werde ich sicher von der Sportmassage etwas anbieten können. Und bin jetzt gespannt, was mich dann da erwartet. Hast du die Cellulite Massage auch erwähnt? Äh, ja, nein. Die Cellulite Massage, genau. Die drei, hä? Ähm, noch schnell. Was sind deine drei Stärken? Was macht Marina aus? Ähm... Du kannst so gerade anrufen, es ist okay, dass du grösser bist. Schau mal! Ähm, ich bin offen, ich bin liebenswürdig und... sehr feinfühlig. Sehr feinfühlig, ja. Sensibel. Ja, sensibli. Huuu! Gibt es alles, oder? Wolltest du etwas sagen? Nein, ich freue mich auf alle, die während kommen. Ich mich auch. Also, das war es. Bis zum nächsten Video. Und? Der hast du gelernt vorher? Ja. Und tschüss! Ja.